Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Mordor Moffett 2 von ABK Game Plus mit dabei ist wieder der Pierre und das ist ja eine Ex-Uniere Munniere und die Namen von Führer und Führer und Führer und Führer und zwar und wir sind so vollen Lübsten aber auch noch Bockmann ohne Scheiß Scheiß drauf auch nicht inkompetent bin immer öfter sterbe als ich ein Zwischen etwas Töter aber egal wir haben verschiedene Waffen machen und Mausrad nicht ich hab noch die Hände und Erkrankung ist mit verschiedenen Waffen wechseln Arschen auf dem Aufsatz gemacht Waffen wechseln im Spiel R.S. Ketten dann kannst du nicht das sollte er von primär zu sekundär und die behindert beim anderen was sie mit Dings mit äh Mausrad haben wir was und gewisse Granate die Map ist es na jetzt hält es mir so lange welche mehr passiert ist ja ich erkenne sie auch ah da kann man sagen aber ich stehe erwischt ja ich bin moich ja die haben sie erwischt cool ne hab ich anscheinend nicht erwischt Alter warum stirbt denn der vorher Mama ich hab zuerst gemessert wollte ich schon mal sagen ach die kenn ich mit dem Gitterkranz hier die kenn ich auch ne oah ne der schrull mit der Sniper und Dings ey automatische Sniper kann ich auslegen Ach scheiße, da kam auch einer von der anderen Seite. Hat auch seitlich schönen Kill gehabt. Wo kämpfst denn du schon wieder rum? Ich kämpfe nicht. Ne, du stehst. Sorry. Äh. Oh, Alter. Ich hab gedacht, da wär irgendwo jemand. Da sind welche, Alex. Aufschmeiß. Ich weiß nicht, guck mal her. Dann zeig dich. Ah, von hinten. Fick mir doch mal in Arten. Arschloch rein. Ohne Spaß. Verbündete Presenter-Drohne im Anflug. Und Perimodis im Anflug. Boah, Alter. 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 Ohne. Ohne rein. Ja komm, da spielgiblihregen. Es geht�leit. Es geht und so schnell bin ich noch nicht mit dem, damit zu kommen, wenn die so um die Ecke jumpen. Oh, komm. Da kommt jemand rein. Oh, komm. Oh, komm komm. auch gesehen, zu spät gesehen hast. Ach, ja, komm. Damit seine Autosniper... Einfach... Eine Millisekunde und du hast den drin. So eine Missgeburt. Ich hasse diese Leute. Wir spielen schon und haben schon mehr Spiel schon als Pizmi, dieses Kackspiel. Ist kein Kackspiel, aber egal. Sicher, dann viele. Ja, ich weiß. Ja, ist klar. Der Siege, Junge. Aber ich hab' nicht gesehen. Ja, Nose kommt. Nein! Man, eins kann man selbst geblendet grad. Inkompetenter Weise. Aber dumm halt. Bist du gestorben? Deine Modi! Ach, du bist das, Alter. Ja, ja. Ich kann nur maximal verraten. Ah, was hast du? Ich kann nur maximal verraten. Ja, ein bisschen. Boah, Alter. Das ist ein Dauerbeschluss, oder was? Von so'n Scheißding. Weiß nicht, wie die heißen, aber egal. Hast du draußen einen Blick? Hast du draußen einen Blick? Dann hab' ich mit uns ein bisschen den Blick. Ah. Boah, gekillt. Ey, ohne Scheiß. Beweg mich ein bisschen und schlepp direkt. Mann, ich bin so inkontinent. Das gibt's gar nicht. Was hab' ich denn schon wieder? 1-8. Wunderbar. Ey, ohne Scheiß. Warte, da läst' den Mann nach, weil du denkst, ach komm, gehst du nach und nach und hinten kriegst dann einen 50-Föger. Volles Arschloch meiner. Ey. Wie willst du hier Abschlussserien machen, wenn du andauernd von allen Seiten dein verficktes Arschloch gefickt bist? Ah, da ist einer, da kommt einer hinten rum in das Haus rein. Ah, nochmal mein Koks. Koks hat einer. Aufklärungsdrohne online. Ist klar. Ich bin 10er-Dotals-R. Wer bündet der Presenter-Dotals-Anflug? Ja, ein Monat-Ofener-Dotals-Anflug, ja. Alter, Scheiße. Oh, Scheiß, eine Sekunde, guck mal kurz auf eine andere Tür und schon fickt der einen weg. Was für eine Missgeburt. Sad....... uppersert Drone, повтор Piere ansehe 있는 Mann in wo zumreten Laufen! Mein Typ. Ja oder Lee banco als Jacqueline mit für sie nachiscilla Steck albo umgebracht, man kann nicht sein? Entspannte könnte sagen, Oh, nein, das ist derкольnis bei Ziele von der Maxim Schweiz. Scheiße. Ist schon wieder nicht akzeptabel, dass ich eine KD habe. Ja, du bist eben gerade auch nicht besser gewesen, ne? Ja, ich weiß. Oh, ich weiß. Boah, Alter. Ach, Leute, wir sind einfach inkompetent. Ich habe doch die Scheißwaffe mit einem Aufsatz versehen, aber der hat sich gespeichert. Lass bei dir. Oh, kommt da eigentlich schon mal irgendwann eine gute Map? So. Also, ich habe mal für einen Wechsel. Boah, Karachi ist, die haben wir doch. Ich habe mal für einen Wechsel gestimmt. Ach, komm. Also, glaube ich auch. Ja, es sind eh viel zu viele, die gestimmen müssen, die wechseln. Und sonst wäre das viel gechillt. Maximo schon. Ich bin so froh, dass ich vor der Aufnahme meine Wöhne festgelegt habe. Sonst wäre es auch eine halbe Stunde vorbei gewesen. Ja, aber jetzt habe ich noch eine Stunde 50 Aufnahme. Und sonst ist das auf einem anderen Bildschirm, ich habe mal ein Bildschirm gar nicht annehmen können. Ich hoffe, man sieht, die läuft weiter, das ist gerade nicht im Auge. Ich habe keine Performance-Probleme mit meinem Spiel. Ich kann schon mal nicht raus-tappen, während du spielst, aber egal. Mit Windows-Taste kann man raus-tappen. Ja, stimmt, damit, ja. Mit der anderen Tab geht es um... Ach, egal, scheiß drauf. Na, egal. Aber es ist kein Bock, Windows-Taste zu drücken, um zu testen. Oder? Nee, funktioniert auch bei mir nicht Windows-Taste. Das Spiel blockiert irgendwie die Einstellung. Das Spiel blockiert irgendwie die Einstellung. Boom! Und ist halt Boom gemacht. Alter. Ich gucke erstmal, dick was mal irgendwie von... Ja, genau, der killt mich auch, obwohl ich ihn vorher sehe. Wie inkompetent kann man denn nur sein, Mann? Ich rieche mir ein Double-Time-Triolisch. Ja, hat mir scheißegal. Kann ja nicht sein, ey. Mann, Mann, Mann. Ey, meine Inkompetenz kotzt mich an. Nicht dann erst. Alter. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Gau ich dem Spaß, den Headshot. Pierre, hast du gesehen? Der eine Typ, der wollte gerade zu dir. Ich hab den gemessen, halt, von deinen Augen. Der, danke. Okay, ich war aber schon seit fünf Minuten hinterhergelaufen, um den Zug, äh, Ding. Double-Kill! Ich hab' mir auch schon seit... Für die Kälte, ich hab' mir auch mal gekämpft, wie die Kälte. Ich bin auch schon seit fünf Minuten hinterhergelaufen, um den Zug. Kommt sie rein. Um den Zug. Für, äh, Messer. Aber auch geflascht. Hast du den Schräg da geflascht, oder was? Ja. Wenn du, der würde, der würde, der würde ja hier reinjobben wollen. Ja, und so. Ja, Junge, komm, du mal. Wir sind immer zu langsam, ey. Da oben ist einer... Einfach so. Noch einer. Gekillt. Junge, wie ich hier gerade einen No-Scope gekillt hab da oben, ey. Oben, die kommen, wie... Passt du auch mal auf links mit auf, ja, ne? Na, von links kommen sie nach. Ich seh's. Ich pass weiterhin auf rechts auf, ne? Du kümmern sich um links. Sag Bescheid, wenn da irgendwas abgeht. Hab einen. Ich bin tot. Von links. Boah, ich bin wieder bei dir. Der hat mich gemessert, scheiße. Oh Gott, Predator. Ach, ich bin ne Wichser, Predator. Predator-Drohne! Ich bin wieder da, wo wir waren. Oh, ich hab' ne Predator. Bist du auch hier? Nein, ne? Doch. Da ist jemand. Ich verarschen, die waren. Können wir drüben, bis jetzt nichts. Ja. Oh, hab's überlebt. Nein, ich hab's doch nicht überlebt. Ficken! Ich bin da, wo wir waren, ne? Ja. Ja. Komm. Hier ist noch jemand mit uns. Wah. Eingekillt. Ah, das bist du, sorry. Da hab ich gerade nämlich noch jemand gesehen. Was für ein Glück gibt's keine Friendly Fire gerade. Also, das ist, glaube ich, da kommt noch einer. Alter, da kommen ein paar Stück. Was für? Geht, tot. Obwohl ich die ganze... Ey, Junge, was für ein Hacker. Ich hab' die ganze Zeit auf ihn draufgehalten. Hat ihn die ganze Zeit im Aim drin. Noch eingekillt. Level up. Wo bist du nochmal? Du bist da. Oh. Oh, sorry. Hab's kein Thema eigentlich. Von draußen kommt mir da rein. Da kommt jemand rein? Kempner. Kempner. Von wo kommt jemand? Bist du hier bei mir? Ja, ne? Ne. Bist du bei der Außenmauer? Ich hab' gedacht, der wollte gerade von nicht von den Snacken. Nein, die kommt von da hinten. Kommst du hierher? Oder nicht? Wo ich bin? Ich hab' den Rückenfall. Alter, Boi, Junge, der hat mir gerade richtig einen in den Arsch gerettet. Die kam einer hergerannt und der ist irgendwie gestorben durch eine Predator oder so. Von dem aus unserem Team. Ne, die kommen da rein, zwei Leute, die kommen rein. Welche Seite? Äh, von der hinterm Seite. Ich bin da, 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 ich bin da. Ähm, hast du da, ich bin 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 aus dem Team an und von Götzschäden Namen Tod umgebracht und die Möder der Hausauf ich hab grad zwei Stücke umgelegt du links ist vorne oder was kommen von hinten oder du guckst es nach vorne nach links ja die Komponente ich will nicht mehr in die Waffe reinlaufen ok gerade so ein bisschen mein Problem also hier kommt irgendwie gerade keine Ahnung kleine Zahl ist doch da vorne zu tot da war es so ein bisschen draufgefallen hab ihn von links da war einer, aber der ist gestorben durch diese, was ist das für ein Scheißding die kommen von vorne die kommen von vorne die werden doch immer umgebracht von dem Flugzeug alle schon keine Ahnung wie die Kacke heißt da kommt ein Dings irgendwo angeworfen ok wir haben es geschafft sieben fällig und zwei Assists trotzdem letzter, egal Egal, gewonnen und so wie viel läuft Egal auch wenn die alle anderen alle anderen doppelt so viel haben wie ich hey, der eine ist sogar negativ mit mehr Punkten was soll das egal, wir haben gewonnen ja Leute ich muss sagen, ich lasse mit der Folge und rein, tschüss tschüss